Ich will mich der Enten aus Kurzweilen Boss Fight Unknown, Press Button when Ready Kann ich? Ja Ich fress nur warte Boss Fight Unknown, Abilities Unknown Alter das hier Ah lol, aua Hauptsache der vergiftet Dort war so ein spinnen Viech Warte, wir müssen glaub ich gleichzeitig drücken Oh hier ist noch so ein Viech gespawnt Mach, mach, mach 3, 2, 1 Hast du? Ja Ah, ich spawn immer mehr von diesem Skelettfischchen Aua Ich weiß nicht mal was ich hier machen muss Dreamworld? Was für eine Dreamworld? Du bist der Altar, welchen Altar? Ja Vielleicht jetzt die Dingens benutzen Talter Ja Ja Oh leu, mir fällt das Wasser Verbacktes Wasser Aua Scheiß Vergiftung Ich wurde Away Wizard Jani sind überall so Türmer, lass erstmal zu dem da oben gehen Ja okay Ja okay Wurde am meisten, weil er macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn ne die Türme Okay, der schwebt in der Luft Ach gut, dann den komm ich nicht an Lies mal den Questlog Ja das war der letzte Questlog den ich vorhin gelesen hab Ach so Dann hab ich keinen Plan Ja lass mich zu den anderen Türmen noch gehen Das ist halt diese Ruine die jetzt unter dem Fick ist Und da finden wir halt auch Also da haben wir jetzt halt das Böse aus Cranor Weißt du wir haben das stärkste Schwert und die Gegner halten übel viel aus Ja Mit Lederrüstung Aber ist ja auch klar dass die jetzt mehr aushalten Mit Lederrüstung Ja Welches Level bist du eigentlich? Ich hab das Gefühl ich weiß was wir machen müssen Was für Level bist du eigentlich? Äh 39 Okay bis 2 Level Ja Neul Ich wusste es So was? Das spinn... äh Das Enderdragon Teil da was den auflädt Ach der hat kaputt schießen? Ich denk mal ja Ja Okay dann mach ich das mal bei dem Fliegenden da oben ne? Ja Ja was? Wer ist mit Hilfen erst? Ich bin jetzt schon wieder ganz oben Okay dann sterbe ich jetzt Ganz oben Ja weil ich kurz nochmal runter bin Aber dann bist du gestorben deswegen muss ich dann wieder hoch Alter Also wenn ich nen Shooter nix treffe dann wenigstens in Minecraft Alter Ich bin hier grad... Alter Ey Kackviecher Alter Mit seinem... Ah Kack... Kack... Och Gott alter Was ist zum Einkommen? Ja Das Skelett hat sich erstmal selber wegkatapultiert Gut dankeschön Andere Seite Ey wir waren hier grad bei der Seite Robin Ich hab da aber auch gedrückt Ich hab da aber auch gedrückt Ja aber äh haben bei dir die Leu... äh die Bitten der Boden geleuchtet? Keine Ahnung Ich würd mal mehr... äh ich würd mal denken dass die Dreamworld halt mehr das mit den Pflanzen ist ne Dann soll jedesmal das Portal aufgehen Ja kommt ja sicher gleich Was ist denn da? Ist da nix? Hinter dir Robin Hier ist man echt dauerhaft vergiftet ne das regt so auf Ja Ja jetzt Nightmare World ist oben W... das? Ui Oh Gott nein Wie kommt man da hoch? Das überleg ich auch schon mal die ganze Zeit Ich weiß wie Ich hoffe das klappt von hier hinten Nein ich treff den Ich treff den Ich treff den Rappen Ja Ich hätt auch getroffen Ja lol alter Kannst doch immer zwei Malta Ja hier kommen ja... hier sind ja noch welche Was nein? Doch da oben Ach da oben lol an den äh Dingen zu Dingern ne Ja? Das hab ich ja gar nicht gesehen Mannnnn Ich schieß mal die Gäste ab ne Na gut Auch wenn das glaub ich nicht bringen wir Ah wat Warte wumst mich jeden von der Seite Aua Ey manche Leveln ne Die sind einfach so scheiße übertrieben Die facken halt einfach ab Ich sterb dauerhaft Ich spawn in Feuer Das ist echt n bisschen krass hier Meine neu gekaufte Rüstung ist schon beinahe wieder kaputt Ich hab volle Rüstung Ja meine Schuhe und Dingern sind schon kaputt Ja alter was holtest du da ran Ich hab hier voll viel am Arsch hin Ich hab voll viel am Arsch hin Ja ich sterb jetzt wieder Ja ich hab getroffen Echt? Nice getroffen ja Auch getroffen Nice Ach Hey sind wir nicht fertig? Bitte raus Uuuuuh Ui Ich bin in Sicherheit Doch Ja ist klar Pussy alter Ja man ich hab gar nix mehr an hab hier Einschlag hinter dir Robin Hinter dir Nehmen wir halt das auch Und wieder? Oh Gott nein Ach du scheiße Joll das Geräusch Ja da is er doch Alter 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 Muss ich mich verarschen Ich hasse den ne ich hasse den Ja weil der grad ziemlich einfach ist Hält sich in Grenzen Ich werd hier die ganze Zeit von irgendwas voll abgefuckt Nein nicht den Wasserfall runter Ja er ist in ner Schwächephase Kill ihn kill ihn kill ihn Ja nicht dran ich bin im Wasserfall runter Ich muss jetzt erst wieder hoch Ja ne Jaaaa Ich glaube wir müssen die Dinger wieder abschießen Meinst du? Denk ich mal weil die sind wieder da Wir müssen bestimmt gleich noch einen killen Okay dann hast du den schon oben erwischt Ja schon lange Okay mach ich hier unten Unterm Wasserfall hier unterm Hügel ist auch einer Unterm Wasserfall kann ich sein Unterm Hügel Achso Achso Ja doch Mal woher hast du das denn jetzt gesehen Ich hab den vorhin schon abgeschossen Kannst du doch Ja Was meinst du wohl wie wir hier rausgekommen sind Ja Au Aufezerre ist Mich noch mal Ah hinter mir Kann man schon denken was jetzt als nächstes kommt Ja ich bin auch schon bei Verächtungen Ich bin hinter dir. Ich weiß, ich hab schon gesehen. Achtung. Ich hatte halbes Leben, der hat mich einmal geschlagen. Ich war tot. Arme schütze ich mal, ich musste mich richten. Da ist voll krüppelig auf meinem Stuhl. Ach, nö, ey. Oh, noch mal der Wizzern. Ich wette, die er danach kommt, ist der Wiengelehr in den Post. Ah, Alter. Irgend so ein Viech. Der Mongbot mich hier aber richtig hat. Auch Wizzern genannt. Alter, Alter. Nee, dieses Schwert. Wir haben nur Akronen. Wir müssen den Wizzern in die scheiß Schmerzphase bekommen. Dann kriegt der so derben Schaden, weil der hielt sich ja auf. Ah, ist drin. Und noch diese scheiß Schmerzphase. Alter, diese Mongo-Pigment. Oh. Oben. Arschgeigen, ne? Das ist so alt zum Kotzen, diese Viecher. Ah, so zum Kotzen. Warum hab ich denn jetzt nicht getroffen? Ah. Alter. Diese Viecher, ne? Robin. Das ist... Alter, die alten halten halt nur einen Schlag raus. Aber die sind so nervig. Ja. Du Lappi. Wie ist es auch? Ist doch voll billig. I have a present for you. Da ist es schon so Creeper-Face. Ich bleib hier stehen. Oh Gott, nein. Ah, die sind voll easy, Alter. Außer der greift an. Nö. Ja, Robin, hinter dir. Ja. Und hinter mir auch. Ach, die haben Goldschwert, ne? Die machen mir gar keinen Schaden. Die machen mir keinen Schaden. Die ziehen mir gar nichts. Ja, aber die Bogenschützen. Du wurdest vom Giant gekillt. Ja. Der hat mir den Last-Welt gegeben. Und die Bogenschützen mir... Boah. Mach du die Bogenschützen, ich kümmere mich um den Giant. Alter, weißt du, wie die einwegkillt sind? Ja, aber ich weiß. Dann schießt es mir hilfreich. Du schießt direkt neben dir. Hier sind noch ein paar. Ja, mach doch erst mal die Bogenschützen. Mach ich doch! Alter, die schießen halt auch einfach durch die Omades durch, ne? Ja, ich wurde in die Wand gebürnt. Ich hing sogar in der Wand. Also meine Leiche. Ja. Ja. Alter, die schießen durch ihre eigenen Leute durch. Das ist doch... Die machen auch ganz schön abgefuckt Schaden, Alter. Ja. Ah, Giant! Junge! Hilfe! Lauf halt in mir rum. Oh, Level 40. Alter, der hat mich weggetreten. Ne, das war so ein... Ja, und der Giant ist dann auf mich draufgelatscht. Ey, schon wieder. Junge, jetzt haben wir auf mich wegzutreten. Alter. Ja, aber das ist ja der Giant, der gibt mir dann mal den Last Hit. Wenn der hochfliegt, dann tritt der ja so komisch. Dadurch werde ich immer weggetreten und kriege voll den Schaden. Nur noch ein verkacktes Skelett, Mann. Ich hab's mal gekillt, ne? So hat der Giant eigentlich gar nichts drauf. Nein. Ha! Ich hab mal einen Goldbarren. Toll. Natürlich. Der hat kaputte Rüstung gegeben vom Shadow Set. Was hat er dich gekriegt? Ja, einen Helm. Eine Schallplatte. Ja, die wollte ich eigentlich. Aber ich hab da die restlichen Rüstungsteile bekommen. Weißt du, was der gedroppt hat? Helm, Oberteil von der Rüstung und Hose. Hose und Helm hatte ich schon. Brauchst du eine Hose? Ja, nee. Ist vom Shadow Set. Ja, dann geht mal. Oh, die Map ist noch nicht fertig. To be continued. Make sure you follow Hypixel on YouTube and don't miss the release. YouTube.com slash Hypixel. Thank you for playing. Make sure to drop feedback on the Map-Trailer. Oh Gott. Gut, die Map ist noch nicht released. Ja. Ja, ich würd sagen, das war's. Das, äh, nee, 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 was hast du denn zu der Map-Problem? Ja, ich fand's so ganz gut, nur, äh, sehr starke, äh, Bosse, sehr, sehr, sehr. Also die Bosse nicht. Die Bosse waren ja halt einfach nicht so star, die Waves waren teilweise echt, auch bei den Dingern grad, die wir abschießen mussten, diese Ender Dragon. Bei der ersten. Ja. Jetzt bei dem Wizard Gratafass, in Ordnung, da waren nicht so viele Kinder. Ja, da waren die ganzen... Aber diese ganzen Guests und so, ne, die einen abgefackelt haben. Die haben halt richtig aufgeregt. Viele hinter mir waren irgendwie zehn Pigmenten oder so. Ja. Das war ja das Schlimme. Ja, und ich würd sagen, gehen wir bis dann in Ordnung und wir sind fertig damit. Ja, schon, nee. Ja, ich bin jetzt auch fertig, geht's Penn, Alter. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Nee, tun wir nicht. Nee? Tschüss. Tschüss.